Immer nur kleine Kinder bumsen, das ist irgendwie langweilig auf Dauer. Ist auf jeden Fall wieder ein richtig guter Satz aus dem Zusammenhang gerissen. Tino, na wie ist es? Das ist ja heute ein schöner Montag. Ja, quasi. Haben wir nicht irgendwas vergessen am Sonntag oder am Samstag oder so? Ah, ja, da war ja was. Zum Glück haben wir nicht Kostenmühe Zeit gescheut, um diesen tollen Brennpunkt Aloha von der Datenautobahn hier noch nachzureichen. Ja, da müssen die Leute echt mal durch. Also wir haben auch nicht immer Zeit, so wir haben auch ein Privatleben und noch andere Jobs, die wir zu erledigen haben. Wir können eben nicht jeden Sonntag hier zack um zwölf liefern. Das packen wir gar nicht. Das geht nicht. Ich kann ja auch nichts dafür, dass hier Leute sich einbilden, unbedingt heiraten zu müssen und mich dann auch noch einzuladen. Sind die bescheuert? Frechheit. Als wer dich auf eine Hochzeit einlädt, da weiß man, das ist nicht für die Ewigkeit. Das war echt witzig. Ich war auf dieser Hochzeit. Grüße an Troti und Lala an dieser Stelle, es war sehr schön. Aber exakt auf dieser Hochzeit kriege ich ausnahmsweise mal wieder so eine Push-Nachricht von Twitter. Die schlagen einem ja hin und wieder mal so Tweets vor und halt auch komplett unrelated zu allem, was man kennt. Also irgendwelche Leute, die ich noch nie gehört habe, von irgendeinem roter Drache oder irgendwie sowas, kriege ich einen Tweet vorgeschlagen. Ich habe mich heute nach 20 Jahren von meinem Mann getrennt. Genau während ich gerade auf dieser Hochzeit bin. Das ist ja wie Jodel so ein bisschen. Ja, ich habe mich vor sechs Monaten von einer Freundin getrennt. Sie fehlt mir immer noch. Was kann ich machen und so. Ist noch jemand einsam und will schreiben. Ja, diese Art von Tweets und Jodel kenne ich. Ich bin ja so ein bisschen mehr so der stumpfe Typ. Also ich bin ja bei Twitter echt wenig aktiv. Ich fange gerade so ein bisschen an, mich bei Reddit irgendwie einzulesen und so. Und auch ein bisschen mehr zu twittern, aber ich schaffe es nicht. Ich bleibe immer wieder hängen bei Facebook und bei Jodel, weil er ist einfach das einfache Volk, da wo ich hingehöre. Ich denke auch. Und die Menschen, die auch mich brauchen, ja. Also es ist ja auch immer so, ich dachte ja lange Zeit, ich bin intelligent. Bis ich dann studiert habe und gemerkt habe, oh fuck, ich bin einfach nur der Klügste in meinem Umfeld gewesen. Aber es gibt noch viel mehr Menschen, die klug sind. Und so bin ich wenigstens der Schlauste auf Facebook und der Schlauste auf Jodel und kann mich da eben ausruhen auf meinem mittelschweren Intellekt. Ja, also Facebook und Jodel teilen sich meiner Meinung nach exakt das Gleiche, nämlich eine sehr, sehr geile Idee und die Umsetzung zeigt, eigentlich ist es doch scheiße. Ja, also die, die es nicht kennen, Jodel ist halt so wie so eine Art schwarzes Brett, kann man sagen. Wo halt Leute anonym Sachen dran pinnen können, so Fotos, Videos, aber eben auch Texte vor allem. So hat es angefangen, eigentlich für Studis, dass sie sich quasi auf dem Campus austauschen können. Zum Beispiel, morgen ist Professor Wagner krank und so, er treffe uns doch irgendwie Hörsaal 5 oder so. So fing es wohl an. Aber inzwischen ist Jodel halt irgendwie ein Phänomen geworden für alle Klassen, ArbeiterInnen, Studis, alles mögliche. Arbeitslose sind drin, alles ist drin und die schreiben halt irgendwie, hat Rewe noch auf, ist noch jemand. Ja, das ist ja noch, das ist ja noch gut, wenn man halt wirklich so Sachen klärt, die irgendwie spezifisch auf die Umgebung abgestimmt sind. Das, das finde ich ja die grundsätzlich gute Idee. Aber wenn dann andauernd irgendwelche schlechten Running Gags permanent repostet werden und immer wieder gleiche Gags, oh, der hat in einer anderen Stadt funktioniert. Ich hole mir mal, das ist halt dieses Abwurzsystem, dann wird natürlich auch Scheiße belohnt, die halt irgendwie massentauglich ist, aber halt so, ha ha ha, Loris, Loris, ha ha ha, Hals, Maul. Du bekommst halt irgendwie so Karma für positive Bewertungen und Kommentare, die du machst, aber keiner weiß bis heute, was Karma so richtig bringen soll. Ich glaube, meinen ersten Account hatte ich irgendwie nach, weiß ich nicht, waren es doch 100.000, 500.000 sogar irgendwie Karma-Punkte, obwohl ich gar nicht viel gepostet habe. Und jetzt gibt es aber zum allerersten Mal tatsächlich auch Nutzen von Karma und zwar darf man, wenn man eine halbe Million Karma hat, darf man Fotos hochladen aus der Galerie. Weil bisher darfst du halt nur Fotos und Videos so live posten quasi, wie es mal bei Instagram-Stories, glaube ich, auch gedacht war oder so. Jetzt darfst du auch aus der Galerie hochladen, aber sonst bringen halt Karma-Punkte überhaupt nichts. Wow, einfach wow. Ja, es ist halt nur so ein Ding, was halt rechts oben steht. Du hast so, so viele Karma-Punkte und kriegst halt Abzüge für Downvotes und so. Ja, dann, Tino, nutze doch mal diese Karma-Punkte, um Fotos von deiner Katze zu posten. Genau, das sind jetzt Running Gags. Also überall sagt man halt zu Katzen, Katze mit G oder auch eine Bellgatze. Das ist einfach ganz toll. Eine Bellgatze ist ein Hund und so oder eine Flieggatze ist eine Katze, also ein Vogel halt. Und in Jena gibt es wohl noch diesen Running Gag, dass man irgendwelche random Fakten über Jena sich ausdenkt, die gar nicht stimmen. In Weimar gibt es so ein Geistermädchen, was durch den Park läuft, was ständig jemand gesehen haben will. Und Fleischerei, Blässe, so wird Würstchen. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Also wirklich Comedy durchgespielt auf Jode. Ja, ist schlimm. Deswegen Hashtag Deinstall. Aber es ist praktisch, wenn man doch mal eine Frage hat, wie irgendwie, wer weiß, wann der auf hat oder ich kann online nichts finden. Ich habe auch schon Jodel benutzt, um Sachen zu erfragen oder Sachen loszuwerden. Ich will das verkaufen oder so. Das kann auch schon Sinn machen. Und ich habe auch schon jemanden kennengelernt über Jodel. Also jetzt nicht romantisch, aber jetzt so, um was zu verkaufen. Und wir sind bis heute befreundet. Ah, okay. Naja, eigentlich ist das ja nicht der große Jodel-Podcast. Nein, wir ordnen die vergangene Woche für euch ein, was da so alles passiert ist. Und meine Fresse, sind da wieder Dinge passiert. Wir sind Tino Ranacher und... Robin Nostarafur TV. Geil. Und wir sagen mal Triggerwarnung, denn jetzt werden wieder Ausländer zusammengetreten. Äh, ungefähr. Ich schaue aber auf meine Liste. Ich habe hier gerade meine gespeicherten Inhalte auf Facebook vor mir. Und ich habe ein sehr, sehr schweres Thema, Robin. Ich habe es dir im Vorgespräch ganz kurz schon erzählt. Äh, wäre er entwen? Nee, nicht so schwer. Also es ist meine Frage, wollen wir das verschieben nach hinten? Oder soll ich gleich gleich... Ich habe halt, jetzt habe ich aber echt auf Krampf überlegt, wen kenne ich Dickes. Äh, The Big Show oder so. Also soll ich gleich einsteigen mit dem Thema, was mich am meisten belastet hat. Und was wohl in meiner Bubble gerade das große Problem ist. Und wollen wir die Spannung aufrechterhalten. Und das am Ende packen. Nee, nee, ich will es schon hören. Ich bin selber gehypt. Aber hättest du nicht im Vorgespräch gesagt, was es ist, hätte ich jetzt gedacht, oh nein, wieder irgendein Wrestler ist gestorben. Nee, das nicht. Nee, also ich wüsste jetzt von keinem zumindest. Nee, also es ist, es ist halt echt hart. Also die Partei Thüringen, dessen Vorsitz... Ja, genau, stimmt. Du sprichst gerade hier mit dem Landesvorsitzenden von die Partei Thüringen. Ich bin jetzt nämlich der Vorstand. Ich war jetzt mal der Steffertreter. Jetzt bin ich zum ersten Mal seit zwei Tagen oder so. der Vorstand, weil der Vorsitzende Ex... Weil der eigentliche ein Kind gebimst hat. Äh, es geht in die Richtung. Und zwar... Oh, es geht in die Richtung, ich wollte jetzt was sehr Extremes sagen. Es ist was sehr Extremes. Damit das dann nicht mehr so hart wirkt. Doch, doch. Okay, dann schieß los. Also es geht nicht um den Vorsitzenden Ex-Gildo, der hat damit nichts zu tun. Aber der ist zurückgetreten als Verantwortung. Von wegen, ich hätte es ja irgendwie, weiß ich nicht, ich hätte es vielleicht ahnen können oder so oder weiß ich nicht. Jedenfalls wollen wir als gesamter Vorstand nicht mehr zu den Wahlen antreten und so. Weil wir hatten ein Mitglied, ich glaube auch er ist inzwischen schon raus. Ich will jetzt seinen Namen mal nicht nennen, aber man kann es einfach googeln. Der war auch für uns schon mal Kandidat für Erfurt, Weimar und so weiter. Ich nenne ihn einfach mal der W, weil er nachher immer mit W anfängt. Aber ist das nicht dieser, der Weidler von den bösen Onkels, der Musik macht? Der nennt sich genauso, du Kunde. Quasi ist die Person, die ich meine, der, nee, nicht der W, er ist eher der Kevin Russell der Partei. Ah, okay. Ja, und zwar wissen wir alle, dass diese Person Pornos dreht. Das war allen bekannt, ja. Ja, der W ist ein cooler Typ, also ich kenne ihn auch schon seit ein paar Jahren. Ich habe ihn als netten Onkel kennengelernt, ist so, ich glaube Ende 50, Anfang, Mitte 50 oder so, ist sympathisch, tolerant, offen, hat einen Fahrradladen und so und dreht Pornos. Aber die haben wir als Vorstand nie gesehen, weil wir ihn nicht nackt sehen wollten. Und achten, okay, was machst du für Pornos? Ja, ich mache halt mit Leuten da was und alles okay. Jeder Porno ever, ich mache halt mit Leuten da was. Und da gab es halt dann auch mal Vorwürfe irgendwie, dass so jemand wie er, der Pornos tritt ja nicht an Wahlen antreten sollte, weil das ja irgendwie, weiß nicht, in guten Sitten verstößt. Ach, Halsbaul, das ist auf jeden Fall schon wieder Bullshit. Dann wir gesagt, auch in Interviews und so, es ist doch Privatsache und solange da nichts strafrechtlich Relevantes passiert, ist es doch völlig egal. Und da haben wir ihn gefragt, die Person, ob wir uns Sorgen machen müssen, ob er irgendwelche Straftaten begeht. Und er sagte, nein, macht euch keine Sorgen. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Schnitt 2022. Es war 2017, glaube ich, kamen die ersten Dinge, die da irgendwie, ja, die ersten Anschuldigungen. Und er behauptet, es war halt ein Stalker von ihm, der will ihn loswerden und seine Karriere ruinieren. Deswegen hat er behauptet, er dürfte nicht an Wahlen antreten. Und jetzt kam der große Schlag, diese Person soll nicht nur Pornos gedreht haben, nein, er soll auch mit minderjährigen Pornos gedreht haben, die teilweise 14 Jahre alt waren zu dem Zeitpunkt. Was man, ich weiß ja nicht, ob man das unbedingt sehen kann, weil 2017 gab es wohl Ermittlungen von der Polizei wegen dieser Videos. Aber die haben halt nichts rausfinden oder nichts ermitteln können. Jedenfalls, ich mach's jetzt mal kurz, er hat mit 14-jährigen Mädchen scheinbar halt Sex gehabt, das gefilmt und diese Videos sind ins Netz gekommen, angeblich nicht durch ihn, also die sollten wohl durch eine andere Person hochgeladen worden sein. Und das ist so die Spitze des Eisbergs. Dann kam noch raus, er hat Mädchen bezahlt dafür, mit ihm zu schlafen, hat ihnen halt auch in den Videos wohl Geld angeboten und wenn sie das machen, kommt doch ein Fuffi oben drauf und so. Und die waren 14. Ich glaube, juristisch kann man da schon sagen, dass er eine Vergewaltigung gefilmt hat. Und genau, das ist auch, es gibt auch da oben irgendwie, dass ja auch Vergewaltigungssachen, in denen, ich hab die Videos nicht gesehen, vorgefallen sein sollen, dann halt Missbrauch von Minderjährigen. Naja, das ist ja automatisch quasi schon so, wenn die nicht in einem Alter sein sollten, in dem sie gar nicht konsenten können, dann ist es ja juristisch schon einfach eine Vergewaltigung, auch wenn sie das in dem Moment super fand, eventuell, weiß ich nicht, aber schwierig. Und er hat eben auch manchmal andere Leute nackt fotografiert, so einfach nur Bekannte, weil die das machen wollten, privat oder für andere Geschichten. Und die muss ja wohl auch mutmaßlich, das kann man eben noch nicht nachweisen, sondern die auch hochgeladen haben, diese Fotos von seinen Bekannten und Freundinnen, die er hatte, die jetzt irgendwie sich betrogen fühlen. Und ich kenne auch zwei davon echt gut, die gerade am Boden zerstört sind, dass sie diese Fotos da entdecken mussten, irgendwelchen Pornoportalen. Und das ist gerade sehr, sehr hart und ich musste da irgendwie auch nachts noch ein Statement schreiben, Pressemitteilung schreiben und so weiter. Es gab so ein paar Vorstandsmeetings spontan über irgendwelche Onlineportale. Also ganz, ganz heftig jedenfalls. Und es wurde eben aufgegriffen von der TLZ gerade, von der Frank, was war es noch, Frankfurter irgendwas. Also es steht gerade sehr, sehr große Wellen, dieses Thema. Eieiei, also wollte der da eventuell mit diesem pornografischen Material online im Darknet einen fetten Reibach machen? Oder was meinst du, wieso das jetzt online erschienen ist? Das widerspricht sich ein bisschen. Also er hat auch dummerweise ein Interview gegeben für, ich glaube, Ippen, wie heißt das? Ippen Investigativ heißt das. Haben das vorausgefunden, ihn konfrontiert und hat dann ein Telefonat geführt, ein Interview, und wo er halt irgendwie auf der einen Seite sagte, naja, das ist alles nur gestellt dort, das sind keine Vergewaltigungen und auch keine Geldangebote, es sollte einfach nur krasser wirken halt für die Klicks, dass die Leute halt merken, das ist krasser Inhalt, es macht halt gut Cash und gut Klicks. Dann sagt er aber wiederum, dass er die Videos gar nicht hochgestellt hat selber. Also es ist alles sehr widersprüchlich und es wird ihm so auf die Füße fallen, denke ich mal. Und es sind auch Sachen, die ich noch nicht erzählen darf oder erzählen sollte. Jedenfalls hat er noch viel mehr Dinge gemacht, die richtig eklig sind, aber das darf ich vielleicht in der nächsten Ausgabe erzählen. Also verfolgt gerne mal die Partei Thüringen Missbrauch, könnt ihr gerne googeln. Gute PR-Aktion. Naja, das nicht, also im Gegenteil, also die Partei Thüringen wird wahrscheinlich jetzt richtig hart sanktioniert und wir treten alle zurück. Naja, aber jetzt, ja, also jetzt wiederum von der einen Person irgendwie da auf die ganze Partei zu schließen, wäre halt richtig dumm. Ja, sie werfen uns halt vor, dass wir es hätten wissen müssen, wir hätten uns die Pornos angucken sollen, um zu checken, dass es alles okay wäre. Aber wer will mich denn zwingen, Porno anzugucken? Also wenn Merkel in meine Partei eintritt und Pornos dreht, kann mich keiner verpflichten, dass ich mir die Scheiße angucken muss. Ja, aber ist doch so. Also ich meine, wir haben Dominas und haben SexarbeiterInnen bei uns in der Partei, da prüfe ich doch nicht, was die halt genau machen. Wenn die mir sagen, das ist alles im grünen Bereich, dann glaube ich denen doch erstmal. Ich möchte zurück zum Anfang deines Plädoyers kommen, wo du gesagt hast, wortwörtlich, das ist ein cooler Typ. Dachte ich. Achso. Du hast ihn halt noch nicht kennengelernt, ne? Also ich hab den halt privat nie getroffen. Also ich hab den immer nur bei Parteifanstaltungen gesehen, bei Wahlkampfvideodrehs und so, ohne mal um Plakate abzuholen. Und er ist eigentlich, also er macht einen sehr, sehr netten Onkel-Eindruck so und sehr locker und so. Und das hätte ich von dem echt nicht gedacht, dass es auch so blöd ist, sollte er das gemacht haben, das online zu stellen mit Minderjährigen. Das ist doch völliger Humbug. Wer macht denn sowas? Gerade er als Parteikandidat, der auch zu Wahlen antritt. Ja, aber das ist ja der Evergreen, ne? Also wenn man Bock hat, irgendwie einen Skandal zu haben, im Endeffekt ist es immer irgendwas mit Minderjährigen. Ja sicher, aber es ist doch immer immer... Sehr unkreativ. Also ich finde, langsam könnten sich mal Personen des öffentlichen Lebens was Neues aussuchen. Immer nur kleine Kinder bumsen, das ist irgendwie langweilig auf Dauer. Aber es ist doch auch sonst immer so... Es ist auf jeden Fall wieder ein richtig guter Satz aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, aber es ist doch sonst immer eigentlich im privaten Kämmerlein, ja? Dass sie das irgendwie machen, so Sexpartys und so, keiner macht Fotos. Aber es ist eine Person, das Film und Hochladen lässt, das ist ja völlig bescheuert. Also ich kann mir nur erklären, dass das halt sich Geld versprochen wurde, weil für sowas gibt es garantiert irgendwo Abnehmer, die ordentliche Summen zahlen. Aber ja, schön, Tino. Jedenfalls ist das gerade das Thema irgendwie auch bei Twitter getrendet und ganz viele Tweets gehabt und ich kann gar nicht hinterher das zu beantworten, weil ich gerade so halt als Vorstand in der Rolle bin, ein bisschen auch drauf einzugehen. Und das stresst mich gerade tierisch, tatsächlich. Aber ich bin der Züringer Vorstand, was ich jahrelang werden wollte. Super, wa? Jetzt weißt du, wie man es macht in der politischen Karriere. Einfach dafür sorgen, dass alle Mitbewerber irgendwas mit Kindern machen. Nee, es ist echt ganz traurig. Also ich will mich auch distanzieren. Nochmal auch jetzt an der Stelle von sexualisierter Gewalt und so weiter und von Sex mit Minderjährigen natürlich auch. Ich finde das richtig freudig und das kann man nicht vertreten. Und wir ziehen auf jeden Fall alle Konsequenzen, die man ziehen kann aus dem Ganzen. Ja, ich möchte nur sagen, wenn man den Namen von ihm googelt und dann auf Google Bildersuche gibt, gibt es bereits ein Bild von Kevin Spacey zu sehen. Ah ja. Das finde ich witzig. Das ist interessant. Ja. Gut, das war also dein Zerwürfnis privater Natur. Nein, nicht privat. Das ist ja irgendwie doch auch ein öffentliches Amt und als Privatperson traue ich die Menschen nicht hinterher. Aber jetzt irgendwie als Parteikollege so, der auch immer coole Ideen hatte oftmals. Ist es schon, ja, er war schon sehr sexualisiert. Auch seine Wahlkampf-Slogans von immer irgendwas mit Sex und so. Kann man geschmacklos finden, war auch oft geschmacklos, aber das finde ich heftig. Finde ich eigentlich an sich schon einen guten Slogan. Einfach so ein Plakat, mein Gesicht drauf und dann Zitat, immer irgendwas mit Sex und so. Ach hier, Kevin Spacey, sehe ich es auch gerade bei Google. Da wirst du gewählt. Witzig. Ja. Also es gab noch mindestens zwei riesige Themen diese Woche. Eins davon ist wieder so ein elendiges Amerika-Thema. Aber das andere, das ist ganz schlimm. Wie wir alle mittlerweile wissen, Bibi und Julian haben sich ja getrennt und der Sohn hatte Fieber. Nein. Ich habe da mal spaßenshalber auf die Instagram-Profile von den beiden geguckt und während Julian irgendwie die Kinder gerade beide hatte und so gesagt hat, ja, ich wollte eigentlich heute mit denen Ausflug machen, aber der Kleine, was weiß ich, wie er heißt, scheißwanzt, hat Fieber, sitzt da so am Auto. Die Kommentare drunter, guck dir diesen Typen an, der ist so geil, das ist einfach das übelste Alpha-Mail und so. Keine Ahnung, es ist ganz, ganz weird, was da abgeht. Und währenddessen macht halt Bibi gar nichts, macht kein Statement und so, sondern lädt halt nur irgendwelche Fotos von sich hoch, wo sie halt so halbnackt irgendwie im Bikini posten und so, ohne Kommentar. Und da hat einer drunter geschrieben, dein Sohn hat gerade übrigens Fieber. Boah, und ich musste so lachen, Alter. Alle so, mach doch bitte ein Statement, mach doch bitte ein Statement. Ich sag mal so, jeder hat sein eigenes Coping, ja, mit einer Trennung umzugehen und noch wissen wir ja nichts, ihr wisst ja nicht, warum gab es die Trennung und so, hat er sich getrennt, hat sie sich getrennt und ich kenn das, kennst du das nicht auch, wenn, weiß ich nicht, also ich habe auch schon ein paar Trennungen durchgemacht und da gibt es meistens einen Part, der halt voll cool ist und dann irgendwie dann so Sachen postet wie, halt Bikini-Fotos und so, ha, das hast du jetzt nicht mehr, weil wir Schluss gemacht haben. Und der andere ist dann eher so weinerlich und postet dann irgendwie, ja, sie fehlt mir oder er fehlt mir. Das sind meistens so zwei Seiten. Ja, also ich sag mal so, mir ist es auch scheißegal, wie es denen geht und wer da wem was Schluss gemacht hat und so weiter und so fort. Ich find's einfach nur witzig, was da, was die Leute sich da rein investieren, Alter. Ich erkenne sie gar nicht wieder, sie hat sich so verändert. Ich hab noch nie einen Menschen so schnell in einem ganz anderen Bild gesehen. Es ist so scheiße alles, ey. Das passiert halt, wenn du dich so krass an einen Promi gewöhnst, den du verehrst, dass du echt denkst, dass du mit dem zusammen bist oder so oder dass du ihn persönlich kennst. Das ist halt so dieses extreme Fantum, was man hat. Ich kann's nachvollziehen, es würde mir vielleicht so gehen, würde Falco noch leben. Der ist für mich echt so eine Figur von, als würde ich den persönlich kennen manchmal, ja. Und als ich mich angesprochen fühle, wenn ich diesen Namen höre, würde dennoch leben. Würde auf einmal anfangen jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die AfD zu wählen oder besser gesagt die FPÖ zu wählen in Österreich. Würde ich auch so Sachen sagen, wie, oh, was ist so aus ihm geworden, das ist nicht mehr mein Johann. Kann ich so ein bisschen nachvollziehen, vielleicht. Kennst du das nicht auch? Das ist nicht mehr mein Johann. Von so prominenten Personen, wo du Fan bist, was weiß ich hier, Farin Urlaub oder Jack Black. Ja, von denen gibt's ja keine Skandale. Ja, doch nicht. Von denen gibt's alles, ich folge nur lupenreine Demokraten. Ja, bestimmt. Ja, weiß ich nicht. Nee, also ja, dann würde ich halt sagen, hm, schade. Aber ich kenne das von so Schauspielkollegen, die ja auch mal gesagt haben, die jetzt in irgendwelchen Serien gespielt haben und die waren halt der Bösewicht, dass sie dann auf der Straße angesprochen worden sind. Ja, so wie du mit deiner Tochter umgehst, das ist ja unter aller Sau, dass du dir deinen Tod vorgetäuscht hast. Es gibt echt Menschen, die können das nicht auseinanderhalten, was da irgendwie Fiktion und was halt Realität ist. Ja. Also ich bin froh, wenn ich nie wieder Bibi sagen hören muss. Och, Julian! Julian! Hallo, ihr Lieben! Die hat das immer so, oh, ganz unangenehm, wie die das immer ausgesprochen hat. Die haben mal so einen Fake-Prank gemacht, aber natürlich nicht gesagt, dass es Fake ist. Wie er irgendwie ins Zimmer reinläuft und ihm ein Eimer auf den Kopf fällt, der so an der Tür war. Und du hast so gesehen, dass das einstudiert war und der 20. Versuch. Und dann so, ach, Julian! Oh, Alter, ich scheppere den Bildschirm auseinander. Egal, viel zu viel Zeitinvestment schon wieder in das. Das macht es mir eh kaputt. Ja, diese Sachen wie Wein und so, die es früher gab und auch bei TikTok jetzt so lustige Videos. Ich habe dauernd den Verdacht, dass es nicht echt ist. Es sind an sich immer ganz coole Videos und lustige Ideen. Aber du merkst ganz oft, nee, das ist gerade keine natürliche Reaktion. Und das macht dir irgendwie alles kaputt. Und auch Videos, die dann vielleicht authentisch sind, den schaust du auch kritisch gegenüber. Das ist richtig, richtig schade, dass man das dann so ausnutzen muss. Ja. Weißt du, was auch schade ist? Putin hat Krebs. Ist es so, ja? Es ist jetzt eigentlich zu 95 Prozent bestätigt. Also US-Intel deckt sich da mit ukrainischen Spionen und so weiter. Es heißt, dass Putin sehr heftig Krebs hat und innerhalb der nächsten drei Jahre sterben soll. Soll klingt ein bisschen komisch, aber vermeintlich. Und also es ist jetzt nicht so, dass er wirklich jeden Moment verreckt quasi. Aber es scheint wohl schon nicht ohne zu sein. Und ja, also wer hätte das gedacht, dass der Krebs sich seinen schlechten Ruf in dieser Form wieder gut machen könnte. Wer weiß. Also was ist denn, wenn Putin diese Diagnose bekommen hat von Krebs und jetzt deswegen so durchgedreht ist und sagt, jetzt will ich mir nochmal ein Vermächtnis machen und nochmal die Ukraine einnehmen. Ja, ich würde auch weiterhin nicht sagen, dass er durchgedreht ist. Und ich glaube, aus der russischen Perspektive ist das alles irgendwo, ich sag ganz vorsichtig, nachvollziehbar und verständlich. Der hat ja jetzt hier nicht irgendein Land einfach angegriffen, ist nicht in Polen einmarschiert, sondern aus seiner Sicht holt er sich ja quasi nur zurück, was ihm gehört. Ja, dumm. Was hat nicht schon wem anders gehört? Also das... Ja, absolut. Ich unterstütze das ja auch nicht. Aber ja, also dieses Vermächtnis-Ding, das halte ich schon für sehr wahrscheinlich. Dass er deswegen auch so auf den Krieg beharrt und da geht es auch jetzt nur raus, wenn es in irgendeiner Form einen Win gibt für die Russen. Deswegen, ja. Aber ich bin kritisch, ich bin immer noch kein Krebs-Fan. Wir drücken also nicht dem Krebs die Daumen an dieser Stelle. Naja, vielleicht, vielleicht, vielleicht in dem Kampf vielleicht, aber nicht in dem Krieg. Putin, mein Kampf gegen Krebs. Mein Kampf gegen den Krebs. Ja. Ich schau mal, habe ich auch noch eine lustige, ähm... Noch eine andere lustige Geschichte. So lustig wie Krebs. Zum Thema Krieg habe ich gar nichts aufgeschrieben, nee. Ich bin da nicht so, nicht so drin. Also ich habe mich die ersten Wochen noch viel, viel belesen, was Krieg angeht. Ja, wird doch langsam langweilig, ne? Ja, ist ja irgendwie auch so, oder? Es ist halt leider wirklich so, dass man ein bisschen abstummt. Da komme ich nämlich gleich bei meinem anderen großen Thema zu. Je öfter man es hört und je aktiver. Und hier ist es ja so, wenn es halt wirklich jeden Tag ist, nicht mal so, dass es irgendwie einmal die Woche irgendeinen Angriff gibt oder so. Das wäre nochmal was anderes. Aber da du weißt, okay, jeden Tag ist da gerade die Scheiße am Dampfen. Das ist halt schade, dass man da als Mensch irgendwie so abstumpft. Und ich glaube nicht, dass das... Also wir sollten dagegen angehen, da abzustumpfen. Ja, auf jeden Fall. Was noch dem Thema am nächsten kommt, das ist der Amoklauf in den USA und zwar in Texas. Genau das meinte ich nämlich. In Uwalde in Texas gab es einen Amoklauf und der ist eigentlich nicht wie alle anderen. Denn alle Details darum sind... Ja, ich weiß gar nicht. Also Facepalm trifft es schon gar nicht mehr. Das ist wirklich typisch. Also das wäre die Essenz von diesem Bild, wo jemand eine Facepalm macht und die Hand durch die Stirn hindurch den Kopf hinten wieder verlässt. Ich weiß nicht, ob du dich damit intensiv beschäftigt hast, aber alles, was da drumherum ist, ist einfach nur Abfuck. Und es ist, erstmal zurück zum Anfang, ein Amoklauf, bei dem 19 Kinder in einer fucking Elementary School und zwei Lehrer erschossen wurden. Und das ist halt auch das, was ich meine, je öfter man das hört, man kennt auch Sandy Hook und so oder deutsche Beispiele mit Robert Steinhäuser und so bla. Aber in Amerika ist es halt wirklich so, ja, jede Woche. Und es ist ja wirklich mittlerweile so, dass sie mehr Mass-Shootings haben als Tage im Jahr. Ja, das ist heftig, ne? Ja, und da stumpfst du halt leider auch ab. Und wenn, also, da sind halt fucking Kinder gestorben. 9, 10. Mein Gefühl ist aber trotzdem, dass die Menschen vor Ort nicht abstumpfen. Also ich finde, dass die Reaktionen immer die gleichen sind. Klar, es sind immer die gleichen Reaktionen, aber immer sehr, sehr emotional. Ja, na klar, die ganzen Journalisten berichten müssen, die weinen so, aber es ändert sich ja nichts, weißt du? Also, es ist, weiß ich nicht, es ist halt so. Es gab auch wieder die gleiche Diskussion um das Waffenrecht und so weiter. Genau. Dass dann jetzt wieder die Waffengegner sagen, ja, guckt mal, wir müssen jetzt irgendwie dafür sorgen, dass man schlechter an Waffen rankommt. Die Gegenseite sagt aber, nee, es zeigt doch, dass wir noch mehr bewaffnen müssen, um das zu verhindern und so. Und das ist so, weiß ich nicht, das macht mich so sauer. Und jetzt gab es wohl vor ein paar Tagen auch eine Donald-Trump-Veranstaltung. Ja, die NRA-Convention. Wo es auch so ein bisschen um dieses Thema geht, worauf ich sprechen wollte, über das Thema Waffenrecht. Die große Versammlung, die ist halt immer regelmäßig, ich weiß nicht, wie man es übersetzt, NRA, aber die halt, die große Versammlung für Waffenrechtler, sage ich jetzt mal, die ist sowieso regelmäßig. Und dort durftest du keine Waffen mitnehmen. Ja. Und die machen halt Waffenverbot. Und warum machen die das? Weil es zu gefährlich ist. Warum? Nur wenn es sie betrifft, das verstehe ich halt nicht. Es werden ständig, es sterben auch jeden Tag irgendwie kleine Kinder in den USA, es sterben Menschen in den USA wegen Schusswaffen. Ich weiß gar nicht die Statistik, ob es illegale oder legale Waffen sind, aber es ist doch völlig egal. Wenn du es legalisierst, weil es gab ja auch das Argument, ja, die meisten Menschen sterben durch illegale Waffen, kann ich gerade nicht sagen. Aber selbst wenn, dann machst du es halt den Menschen noch einfacher, die illegal das machen würden, auf legale Weise Armbachläufer zu begehen. Es ist komplett schizophren. Sie raffen es halt nicht. Es macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Die sagen dann auch als erstes, es gab so einen geilen Zusammenschnitt von Fox News. Die ersten 24 Stunden nach diesem Attentat haben sie rund 50 quasi Lösungsansätze, sag ich mal, ganz vorsichtig geboten. Keine davon war, die Waffen zu reduzieren oder halt das besser zu kontrollieren, wer Waffen bekommt. Das wäre ja mal so ein Kompromiss eigentlich, dass man weiterhin, jeder darf halt seine Waffen haben, aber es gibt halt einen Backgroundcheck. Das wäre ja eigentlich ein guter Kompromiss, aber nicht mal dafür haben sie eine Sekunde geopfert. Nein, stattdessen ist es, ja, wir müssen zu Gott zurückfinden und unseren Kindern aus der Bibel vorlesen und eine Schule darf nur noch einen Eingang haben. Das ist alles so ein Geschwaller, ey. Und dann sagen sie Leute natürlich, ja, nicht die Waffen bringen da Menschen um, sondern die Leute und es ist ein Mental Health Problem. Gleichzeitig wird aber nichts für Mental Health gemacht und die ganzen Krankenversicherungen werden gekürzt und so weiter. Das ist einfach nur dumm alles. Ich sag's dir, die werden viel früher Kinder in Grundschulen ausstatten mit irgendwelchen Schusswesten und Helmen, ehe die mal anfangen, über nachzudenken, Waffen zu verbieten oder zumindest das Recht irgendwie einzuschränken. Das war ein Gag bei Who is America von Sacha Baron Cohen. Der hat gesagt, ey, ja, was ist, wenn die, wenn die, also wir wollen die, die Lehrer bewaffnen, aber was ist, wenn jetzt ein Lehrer einen Amoklauf macht? Da hilft natürlich nur eins, wir müssen die Kinder auch bewaffnen. So, und der Typ, der das, so ein Senator hat, der das vorgeschlagen und er so, ja stimmt, das ist eigentlich eine richtig gute Idee. Es ist absurd und ich muss auch gestehen, in diesem Moment, also ich bin ja, also um jetzt das Wrestling-Thema mal einzustreuen, Randy Orton zum Beispiel ist ein Wrestler, der Waffen unterstützt, so, und ich trage gerade eine Jacke von dem. Ich habe halt eine Merch-Jacke von ihm an und ich schäme mich gerade ein bisschen dafür, das zu tun. Ja, nein. Daran merkst du ja trotzdem, was ich damit sagen will, dass das Thema ja so tief verankert ist und dass es die Gesellschaft gar nicht mehr spaltet in den USA. Ich glaube, gäbe es das Thema hier, gäbe es halt voll die krasse Spaltung zwischen Waffen- und Nicht-Waffenfreunden. Aber in den USA ist es halt so, ja, übrigens, da ist Waffen-Fan, ach, ist egal, ich trage trotzdem noch seine T-Shirt oder so. Man kann ja den grundlegenden Gedanken voll nachvollziehen, weißt du, dass du als Privatbürger das Recht hast, dich gegen, oder das Recht haben musst, dich gegen den Staat wehren zu können, falls der in irgendeiner Form mal abgleitet, ja. Also wenn jetzt hier das Vierte Reich ausgerufen würde in Deutschland, obwohl die Bevölkerung eigentlich eher sagt, seid ihr bescheuert, dass die dann theoretisch die Möglichkeit hätten, sich so zu wehren, ja. Theorie und Praxis ist jedoch was anderes. Das ist ja ein völlig neuer Gedanke, den kenne ich ja noch gar nicht. Ist es echt so ein Ding? Das ist der grundlegende Gedanke, das ist das Second Amendment, dass der normale Bürger, um sich gegen einen potenziell tyrannischen Staat wehren zu können, das Recht haben muss, Waffen zu besitzen. So, ob man aber jetzt wirklich, um dieses Recht ausüben zu können, heftige Sturmgewehre haben muss, die man mit 18 einfach kaufen kann im Walmart, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Oh Gott, okay, ja, das ist, also, ich weiß nicht. So, stell dir jetzt mal vor, dieses Insurrection-Ding am 6. Januar letzten Jahres, ja, wo Trump da mit seinen Anhängern, also er nicht, er hat nur gesagt, er kommt mit, aber seine Anhänger das Kapitol gestürmt haben, wenn das halt durchgegangen wäre, ja, und der dann wirklich quasi die Wahl nicht anerkannt hätte und sich einfach gekrönt hätte zum König, dann hätten theoretisch die anderen ja dagegen vorgehen können. Ja. Jetzt alles rein Theorie. So, dann hätte man argumentieren können, dafür ist das jetzt gar nicht die allerschlechteste Idee, wobei ich das eigentlich immer gut finde, wenn man sowas ohne Blutvergießen hinbekommt. Aber in der Theorie kann ich es halt nachvollziehen. Ja, aber die können ja auch zu einem richtigen Völkerkrieg führen, ne? Wenn die, wenn die einen dann sagen, irgendwie hier links gegen rechts, jetzt holen wir unsere Waffen raus und machen da einen eigenen Krieg mit richtig fetten Munitionswaffen, das ist ja auch, ah, ich weiß nicht. Und ich finde es dann so krass, auch die Diskussion aktuell gerade ums Abtreiben in den USA, das darfst du nicht, weißt du, dann sagen die, ich bin pro-life irgendwie, aber halten dann ihre Maschinenpistole in die Luft, das ist alles einfach eine Riesen... Du musst das, nee, 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 Tino, du musst das marktwirtschaftlich betrachten. Ja, natürlich. Die wollen, dass die Leute nicht abtreiben, damit immer genug Ziele da sind für Leute, die in Grundschulen gehen, um da Leute abzuschlachten. Man kann ja auch zum Mittelweg gehen, weißt du, und kann einfach die schwangeren Frauen in den Bauch schießen. Das stimmt. Best of both worlds, da sind alle glücklich. Nee, also ganz, ganz schlimm. Nee, also, aber um das nochmal zu betonen, wie dumm das hier ist, in dem Beispiel. Also, der Typ, ich werde seinen Namen nicht nennen, ist gerade 18 geworden, irgendwie eine Woche vorher und hat sich frisch so eine M15 gekauft, also ein, ich sag's jetzt bestimmt falsch, Maschinengewehr, Sturmgewehr, es war wohl keine Vollautomatik, ist auch egal, so ein Gewehr, was schneller schießt. Ja. Egal. So, und der war halt trotzdem eigentlich schon registriert, dass der mentale Probleme hat und ich glaube, der hatte auch schon Auseinandersetzungen mit der Polizei. Trotzdem konnte er sich halt einfach eine fucking Maschinengewehr kaufen. So, da gibt's halt keinen Check, der irgendwie sagt, warte, Moment, hier steht, dass sie eventuell schon mal gewalttätig geworden sind oder so. Egal. Der hat seine Oma erschossen, weil die irgendwie eine Auseinandersetzung hatten, ist dann auf die Straße, gab's dann da schon irgendwie so eine Auseinandersetzung mit der Polizei und von da aus ist er erst in die Schule rein und die Polizei ist nicht hinterhergegangen. Stattdessen standen die draußen, haben da irgendwie Barrikaden errichtet, einzelne Polizisten, die ihre Kinder in der Schule hatten, sind rein, um die Kinder rauszuholen, also nur ihre eigenen, sind dann wieder draußen geblieben, nachdem die eigenen Kinder in Sicherheit waren. Dann haben in der Zeit, also der war insgesamt eine Stunde in dieser Schule, in dieser Zeit sind auch andere Eltern schon angekommen, die halt auch da Kinder haben, weil das spricht sich ja schnell um sowas, wollten rein, das wurde von der Polizei verhindert und letztendlich ist einer von der Border Control reingegangen, irgendein, ja, so ein Grenzkontrolleur, der eigentlich im Ruhestand war, genau, Grenzschutz, der eigentlich im Ruhestand war, der ist da alleine reingegangen und hat den Typen erschossen. Ach, krass. Während die Polizei draußen stand und die Eltern davon abgehalten hat, ihre eigenen Kinder zu retten und er da drüben in Ruhe in einem Raum, mindestens in einem, ich habe auch zwischendrin was von vier Räumen gehört, halt 19 Kinder erschießen konnte. Richtig geil und am Anfang haben sie das natürlich nicht zugegeben, das hat sich halt nach und nach so ergeben, dass die Wahrheit mehr rauskam. Am Anfang so, ja, wir wussten nicht, wo er ist und so und dann haben Journalisten immer wieder nachgefragt, ja, aber was ist denn in diesen zwölf Minuten passiert? Was ist denn in diesen 40 Minuten passiert? Und dann stehen diese Leute da mit ihren scheiß Cowboyhüten und sagen, äh, ja, also wir hatten Angst, dass wir erschossen werden, wir brauchen erst Special Equipment und so. Das ist den Job, Alter. Also, ich weiß nicht, wer hätte dafür bezahlt, dass sie eben irgendwie ihr Leben riskieren für die Gemeinschaft, das ist die fucking Polizei. Und wenn da drin eine Person ist, die eine Pistole hat und ihre Pistole auf Kinder richtet, ist es sein fucking Job, da reinzugehen und die Kinder rauszuholen. Ich weiß nicht. Also, die wollen jeden ausrüsten mit Pistolen und behaupten dann ja zur Selbstverteidigung, aber es macht doch keiner was, wenn nicht mal die Bullen da irgendwie in der Lage sind oder Angst haben, sich in den Kampf zu stürzen. Wir sollen dann so einen Onkel Fred irgendwie, der eine Krillschutz umhat, irgendwie einen Einbrecher erschießen, auch wenn er es darf. Weiß ich nicht. Und jetzt wird es nämlich richtig absurd, das wusste ich bis dahin auch nicht, das habe ich im Zuge dessen nämlich erst herausgefunden, dass es bereits vom Supreme Court ein Gerichtsurteil gab, dass die Polizei nicht verpflichtet ist, Dinge zu tun, wenn sie selbst davon gefährdet werden könnten. Dann können sie gleich nach Hause gehen. Ja, also, schwierig. Ja, natürlich. Man muss nicht leichtsinnig sein. Naja, aber trotzdem. Also, im Grunde haben die in Amerika nur die Funktion, möglichst auch mit Gewalt den Willen des Staates, sage ich jetzt mal plakativ durchzudrücken. Aber sie haben nicht wirklich, also sie arbeiten quasi für den Staat, um die Gesetze irgendwie zu forcieren, aber sie arbeiten nicht für die Bürger, wie es eigentlich sein sollte, um diese zu beschützen. Das ist ja auch so bei den, die den Präsidenten beschützen müssen, ja, wie heißt der nicht, Secret Service oder so. Da gibt es auch dann Videos, als damals war das Reagan, auf den es diesen Anschlag gab, der aber dann überlebt hatte. Da siehst du, da gibt es so ein Video, wie halt so ein Attentäter ihn erschießen will. Und als dieser Schuss fällt, macht er sich quasi klein, der Präsident, und der Secret Service macht sich ja ganz groß vor ihm, weißt du. Weil es denen der scheiß Job ist. Der einzige Job, den die haben, ist es, den Präsidenten zu schützen und eine Kugel abzufangen. Und der hat auch nicht gesagt, ich gehe jetzt nach Hause oder ich drücke mich jetzt auch weg. Oh, ich habe einen Schuss gehört, ich gehe heben. Ich mache es Feierabend, hitzefrei, keine Ahnung. Komisch, sehr, sehr komisch. Ja, aber es gab halt offiziell dieses Ruling, also es ist wirklich ganz, ganz finster. Und stell dir mal vor, Alter, stell dir einfach mal vor, du bist so ein Elternteil, was da vor der Schule sitzt. Dann sitzt du irgendwie neben einem Polizisten, der sein Kind da rausgeholt hat. Du willst rein, aber dir wird es verboten, es ist so hart. Aber auch dieses Bild, was ich mir mal ausmale. Ich meine, ich habe ja auch mal leider dieses Video kurz gesehen von dem Attentäter damals in Christchurch und so. Und es sind so Bilder, die waren ja auch schon richtig schlimm, wenn dir der noch vorstellt, dass es noch kleine Kinder gewesen sind, die da irgendwie dann auf dem Boden liegen und tot sind und die dann rein nach erschossen werden. Und dass die anderen Kinder auch noch sich angucken müssen, wie ihre Kameraden da irgendwie erschossen werden. Und die Lehrkräfte, wie kann man das aushalten, also auch als Mensch, das zu tun, dass du halt mit der Waffe in eine Kunstschule gehst. Da muss jetzt so viel in deinem Kopf passieren, dass du auf kleine Kinder erschießt und seine Oma erschießt. Also er will seine Oma erschießen, mal ganz ehrlich. Ja, das wird dann wahrscheinlich so ein krasses Ding sein, was sich zehn Jahre aufgebaut hat irgendwie, dass sie vielleicht da ihn immer wieder, was weiß ich, unterdrückt oder vollgelabert hat, ohne das jetzt rechtfertigen zu wollen. Aber dann, also das ist der größte Opfer-Dreck-Scheiß-Move, den du machen kannst. Nicht nur auf Unschuldige, auf Wehrlose, nein, auf fucking Kinder, Alter. Und was ich halt auch echt hart finde, dass man dann da in dieser Schule eine Stunde lang ist und dann gibt es keinen Moment, wo du sagst, okay, jetzt liegt hier gerade das erste Kind irgendwie vor mir, fühlt sich doch nicht so gut an, ich lasse es mal oder so, weißt du. Da muss halt wirklich irgendwie sehr viel an Blockaden im Kopf irgendwie weg sein. Heftig. Aber genug von toten Kindern, oder? Ja. Ich hab noch einen kleinen Nekrolog heute, ich hab noch zwei Menschen, die gestorben sind, die ich hier erwähnen möchte. Der Nekrolog ist diese Woche auf jeden Fall gar nicht so klein, ich sag's, wie es ist. Das stimmt, was ich gelesen habe, ist zum Beispiel Ray Liotta, der Schauspieler. Ja, das ist nämlich ein fucking Boss, weißt du wieso? Der ist ein Meme-Boss und er hat auch den Tommy aus GTA Vice City gesprochen. Yes, Tommy Versetti. Und er ist dieses Bild quasi, ich weiß nicht, aus welchem Film das ist, aber so ein Typ, der halt total den Mund aufmacht und lacht, so schämisch und dabei ein Getränk in der Hand hat. Ich weiß nicht, wie man das Meme bezeichnet. Boah. Ganz bekanntes Meme. Weißt du, was ich meine? Muss ich ganz kurz mal schauen. Ach, das ist der. Genau. Ja, aus Goodfellas. Ich weiß es aber nicht genau, wie ich das bezeichnen würde. Es ist halt so dieses, es gibt ja mehrere von diesen, ha, 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 ich lach mich so tot Memes. Das wirkt halt, also ich glaube, das wird eher so verwendet, wenn so der, der gehobene, ich will nicht sagen Adel, aber weißt du, so ha, 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 so Austin Powers kleinen Finger am Mund und ha, ha, wir reiben uns diabolisch unsere, unsere Schnurrbärte. Solche Leute, die sich freuen. Ich glaube, in diesem Zusammenhang wird es eher genutzt. Und wir verabschieden uns noch von Andrew Fletcher, das ist der, äh, das Gründungsmitglied von Depeche Mode. Der ist jetzt mit 60 Jahren gestorben, glaube ich, er hat mit 60 Jahren gestorben. Gründungsmitglied. Bisschen früh, wenn du mich fragst. Ja, 60 ist so gerade Übergang von, äh, Jung- und Altsterben. Was ist denn, was ist denn da passiert? Äh, ich kann kurz nachlesen, ich dachte, es ist noch nicht veröffentlicht. Guck mal. Alter, schockiert. Aber war der jetzt bis zum Schluss auch da am Singen oder, weil du sagst, Gründungsmitglied? Oder war der längst raus aus der Band? Ich dachte, der war noch aktuell mit drin. Jaja, sieht so aus, ich hab's ja gerade mal. Genau. Aber Depeche Mode gibt mir leider nichts, deswegen hab ich da jetzt keine Gefühlsregung für. Also ich finde, ich fand die Band auch immer so ein bisschen, auch so an der Grenze von, ist mir zu Mainstream, aber irgendwie sind die auch cool. Also es gibt Songs, also mein Vater ist halt auch riesen Fan von denen. Und ich fand immer so, enjoy the silence und so, can't get enough und so. Die haben so drei, vier Songs, die ich in der Playlist hab, die ich gut finde. Aber auf Dauer würde ich die auch langweilig finden, glaube ich. Das ist halt für mich so Musik, die so irgendwie so unangenehm vor sich her leiert. Ich kann das nicht besser irgendwie so... Ja doch, die kann man so nebenbei mal, die kann nebenbei mal auch im Radio laufen. Und hier hab ich's grad stehen, hier ist so ein Timeline von Mitgliedern. Und Fletcher war von Anfang bis Ende drin, genau, also auch bis jetzt noch. Okay. Zum Glück ist Jessica Fletcher nicht gestorben. Die wird niemals sterben. Ich hoffe doch. Denn nur Mord ist die Hobby, aber nicht der Tod. Äh, ja, gut, das freut mich doch. Ja, ich weiß nicht. Hast du das nicht vorhin angekündigt mit irgendwie noch ne fröhliche News, oder? Äh, nee, ich wollte weg von toten Kindern. Ich dachte, ich bin da so reingekratscht jetzt. Ach fuck, ich hab hier noch was stehen, Casino-Deal. Und hab vergessen, da nochmal nachzugoogeln, was da genau war. Wahrscheinlich geht's wieder um Montana Black. Also es war auf Twitter so ein ganz großes Ding, dass es gar nicht geht. Hier, warte, Unge lehnt Casino-Deal über 5 Millionen ab. Oh. Oh, das ist aber, das wär ja eher positiv. Also irgendwer muss das ja angenommen haben. Also ich hab das nur gesehen, irgendjemand, Casino-Deal, ganz schlimm, das geht ja gar nicht. Ach so, ja. Und da dachte ich, das kann ja eigentlich nur wieder Montana Black sein. Wer weiß, vielleicht war er jetzt derjenige, der das bekommen hat. Ja, na gut, dann hat Unge das wohl abgenommen. Wobei es ja auch zu Leuten wie Montana Black und Unge nicht mehr um Geld geht. Also ich glaube, die haben ausgesorgt. Ich denke auch, ja. Aber das ist ja dann, also keiner sagt dann, oh, jetzt hab ich genug Geld, jetzt lass ich's. Ja, nee, die wenigsten, glaub ich. Wenn dann noch ein zwielichtiges Angebot kommt, dann sagt man sich, naja, aber 7 Millionen haben oder 8 Millionen, sei dann nö. 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 Aber apropos zwielichtiges Angebot, hast du's mitbekommen von den Bundeswehrsoldaten, der, ich muss ganz kurz gucken, was der Background war. Ich glaub, es war eine Transperson. Genau, und zwar eine transsexuelle Kommandeurin der Bundeswehr, sollte entlassen werden wegen ihres Tinder-Profils. Sie hat wohl Sachen geschrieben, aber wir suchen, genau hier steht's, spontan, lustvoll, trans, offene Beziehung, auf der Suche nach Sex, all genders, welcome. Ja, 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 warte, da war ich ja, da war ich sogar, das hab ich mitgekriegt. Genau. Aber wie ist das ausgegangen, weil da gab's doch irgendwie noch irgendwie einen doppelten Boden. Ja, sie soll wohl deswegen entlassen werden, weil das wohl nicht angemessen ist für eine Kommandeurin, der wohl tausend Leute unterliegen. Genau, ja, der doppelte Boden war einfach nur, dass das dann suggeriert, dass wenn man ein, äh, ja, offenes Sexualleben führt, dass das in Konflikt mit Charakterstärke oder sowas, irgendwas mit Charakter. Genau, da müssen Formulierungen, da müssen Formulierungen vermieden werden, die Zweifel an der charakterlichen Integrität wecken. Genau, charakterliche Integrität beißt sich mit sexueller Offenheit oder mit einem gelebten Sexualleben. Genau, und ihre Antwort war jetzt quasi nach dem Urteil, weil es ging wohl nicht zu ihren Gunsten aus. In Zukunft werde ich wohl meine Profile durch meine Vorgesetzten prüfen lassen, ob das rechtmäßig ist. Lell. Also, ich weiß nicht, das ist doch, spricht doch ein bisschen mehr gegen solche komischen Ämter bei der Bundeswehr, wenn du nicht mal irgendwie dein Privatleben ausleben darfst, wie du es möchtest. Ich meine, immerhin darf das ja als Transperson im Dienst bleiben. Es gab ja auch so Fälle von Leuten, die homosexuell waren oder HIV hatten oder so oder trans sind, die dann wohl von der Bundeswehr oder von der Polizei abgelehnt worden sind. Das war bei ihr wenigstens nicht der Fall. Aber du hast mir eine prima Überleitung gegeben, Tino, denn es gibt einen neuen Trans-Skandal, was Netflix angeht, beziehungsweise Stand-Upper. Ricky Gervais, wie findest du den? Ich muss kurz gucken, wie der aussieht. Und hat ein neues Netflix-Special. Netflix hat auch vor, ich glaube, zwei Wochen einen offenen Brief veröffentlicht, in dem es heißt, wenn du easily offended bist, bist du bei uns nicht an der richtigen Adresse, um Mitarbeiter in zu sein. Fand ich interessant. Und jetzt ist vielleicht auch so ein bisschen klar, warum das veröffentlicht wurde, zwei Wochen bevor dieses neue Special rauskam. Denn da bekommen auch einige Leute ihr Fett weg. Ich muss sagen, ich habe, ich glaube, drei Viertel von dem Special gesehen. Die ersten 15 Minuten fand ich richtig gut. Dann ist es so ein bisschen abgetrifftet, obwohl ich Ricky Gervais eigentlich ziemlich geil finde. Aber vielleicht war ich auch zu müde an dem Tag. Hier schreibt der Spiegel auf jeden Fall eine neue Netflix-Show von Ricky Gervais. Wir lachen unter der Höhe der Zeit. Das trifft es eigentlich. Das sind halt so, ich sage es dir jetzt... Moment, Tino. Schau dir die ersten zehn Minuten erst mal an, bevor du dir ein Urteil bildest. Aber nach den Artikeln, die hier stehen, ist es so ein typisch oder scheint es typisch der Fall zu sein von alten weißen Männern, die vor zehn Jahren lustig waren, die aber irgendwie diesen Absprung nicht geschafft haben. Nee, nee. Und den Zeitgeist nicht raffen. Auch Martin Sonderborn zum Beispiel, ja. Ich bin noch Fan von dem, aber der ist ein bisschen außer Zeit gefallen mit seinem Humor. und war vor zehn Jahren bestimmt mega witzig auch noch. Was heißt bestimmt, der war witzig bis vor zehn Jahren. Aber inzwischen gibt es halt einen anderen Zeitgeist. Aber ich kenne das Special nicht. Ja, und was ist jetzt witzig? Ich kenne das Special nicht. Ich weiß nicht. Ähm, aber es ist halt, weiß ich nicht, muss ich mir angucken. Keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, es reicht, die ersten zehn Minuten zu sehen. Deswegen guckst du dir gerne mal an. Du hast ja, soweit ich weiß, Netflix. Ja. Schau dir die ersten zehn Minuten an, weil da siehst du auch direkt eigentlich so den Kern dessen, um was es geht. Und danach wird es, sage ich mal, etwas anders. Und der Skandal ist halt auch schon wieder riesengroß aufgepumpt, weil an sich ist das ein 60-Minuten-Special. Und das eigentlich, um was es geht, ist halt so eine Minute, würde ich sagen, wenn es um diese Transpersonen geht. Und das ist dann auch wieder so ein bisschen, weißt du, wenn du sagst, ja, aus der Zeit gefallen. Aber wenn man dann halt sagt, okay, diese eine Minute, die fand ich jetzt nicht witzig, deswegen ist dieser Mensch komplett aus der Zeit gefallen, halt auch ein bisschen schwierig. Ja, es geht. Also, es gibt immer diesen tollen Vergleich von wegen, wenn ein Mörder einen Mord begangen hat, kann er auch vor Gericht nicht sagen. Ich habe jetzt irgendwie 30 Jahre in Frieden gelebt, habe jetzt in zehn Minuten jemanden ermordet. Man kann nämlich ja nicht aufgrund dieser zehn Minuten beurteilen. Wenn dieser eine Minute oder zehn Minuten von dem Programm irgendwie richtig krass scheiße ist, kann man ihn auch, finde ich, komplett, also dieses Programm auch vorurteilen und sagen, irgendwie ist das ganze Programm, jetzt hat es einen faden Beigeschmack. Alter, Tino, du schaffst es einfach, die perfekten Überleitungen zu machen. Merk dir das mal mit diesem Gericht und Mörder und unschuldig, da kommen wir gleich nochmal hin. Das ist nämlich auch eine sehr spannende Sache. Aber ich muss da nochmal einhaken. Er sagt nämlich eine sehr interessante Sache in den ersten zehn Minuten. Deswegen guckst du dir mal an und er sagt, dass es totaler Schwachsinn ist, sehr pro Cancel Culture zu sein, beziehungsweise halt pro, ich kram mal zehn Jahre alte Sachen von dir raus und zeig auf, wie scheiße du warst. Das ergibt an sich überhaupt keinen Sinn, weil keiner von uns kann wissen, was in wiederum zehn Jahren dann vielleicht nicht mehr okay ist zu sagen. Also wenn du das jetzt unterstützt, dann unterstützt du ja auch, dass du in zehn Jahren vor den Sack bekommst, weil du jetzt irgendwas gesagt hast, was aktuell voll in Ordnung ist zu sagen. Ja. Und es nimmt halt jegliche Form von Bedeutung aus einer Entschuldigung und einer Weiterentwicklung. Also wenn man zum Beispiel sagt, also auch das thematisiert er so ein bisschen, wenn man zum Beispiel sagt, okay, yo, hier, ich hab Scheiße gebaut. Also vor zehn Jahren sage ich, yo, ich hab Scheiße gebaut, tut mir leid, kommt nicht mehr vor, ich hab daraus gelernt. Und dann wird das in zehn Jahren wieder rausgewühlt und dann sagt jemand, guck mal, wie scheiße du warst. Dann bedeutet das ja am Umkehrschluss, sich zu entschuldigen und daraus zu lernen, sich weiter zu entwickeln, hat halt keine Bedeutung. Ja, das ist auch klar. Man muss immer Leuten die Chance geben, sich zu entschuldigen und sich zu ändern und so. Also das ist klar. Also das sehe ich genauso. Und ich bin ja auch kein Fan der Cancel Culture. Ich finde auch, dass man halt, es gibt schon so Dinge wie zum Beispiel Antisemitismus, früher, so vor 100, 200 Jahren. Der ist trotzdem nicht entschuldbar, finde ich. Vielleicht für so die einfachen Leute. Den sollst du ja nicht entschuldigen. Es entschuldigt doch auch keiner, dass die US-Präsidenten Sklavenhalter waren, oder? Aber halt innerhalb des zeitlichen Kontextes gesehen so. Kann man sagen, okay, ja, war nicht cool, aber okay, deswegen muss jetzt nicht alles scheiße sein, was der Mensch jemals gesagt hat. Nee, man kann ja, ich bin ja auch bei Luther zum Beispiel so, dass ich halt sage, man sollte durchaus die Reformation feiern, was er gemacht hat. Aber ihn als Person so abzukulten, finde ich halt nicht gerechtfertigt. Eben aufgrund seines Antisemitismus und weil er zum Mord an Juden und Bauern aufgerufen hat. Da muss man so ein bisschen differenzieren. Ja, aber Bauern gehen mir auch ziemlich auf den Sack, muss ich sagen. Ja, wem nicht. Bauern können ruhig verrecken, also was machen die schon? Die scheißen auf ihr eigenes Feld, sind die dumm? Ja, wem nicht. Du hast eine Überleitung, hast du gesagt. Ich habe so geile, zeitverzögerte Überleitung gehabt. Ich wollte nochmal ganz kurz nach Amerika, weil mir das so, also das war so ein Thema, was gar nicht in mein Gehirn rein wollte. Ich konnte nicht glauben, dass das wirklich so ist, wie ich es verstehe. Es war mir echt schwer, es zu verstehen. Und zwar hat der Supreme Court auch hier wieder, das oberste Gericht, das ist in aller Munde. Das hat nämlich jetzt eine, dank Trump, eine konservative Mehrheit. Neun Leute sind da und ich glaube, es ist fünf zu vier. Das heißt, die Konservativen haben immer eine Mehrheit, wenn sie es wollen. Und die haben jetzt entschlossen, es reicht nicht, wenn man unschuldig ist. Und so wie ich es verstanden habe, ist es so, wenn du von einem Gericht verurteilt wurdest und danach aber Beweise gefunden hast, um deine Unschuld zu beweisen, dann ist keiner verpflichtet, ein neues Verfahren aufzumachen, weil das könnte, ich weiß nicht genau, was die Formuliere waren. Jetzt finde ich es natürlich nicht, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, irgendwie sowas wie unverhältnismäßig große Kosten, wobei Kosten nicht ganz monetär gesehen waren. Das lohnt sich quasi nicht, diesen Fall nochmal aufzurollen, deswegen ist es egal, ob du unschuldig bist, das Gericht wurde, das Urteil wurde gefällt, dann wirst du halt unschuldig getötet, ist auch okay. Da versorgt doch der Staat da und die Steuern und das ganze Geld, dass man diese Dinge bezahlen kann, solche Verfahren. Aber das lohnt sich ja nicht, weißt du. Also ich werde beim Leben kein Konservativer und kein, weiß ich nicht, ich verstehe das nicht. Das ist ganz, ganz finsterer Präzedenzfall. Ja. Weil, stell dir vor, dann gibt es halt in der Zukunft irgendwie Gesetze, die sagen, hier, wenn du irgendwas Schlechtes über Gott, Herrscher, Trump sagst, ja dann, ne, dann bist du halt raus. Und selbst wenn du dann beweisen kannst, dass du es nicht gesagt hast, können die sagen, nee, Moment, das lohnt sich jetzt nicht. Das ist doch wie im Mittelalter. Oder halt im, ja, das ist richtig hart. Da reicht schon der Verdacht, dass du ein Hexe bist und du wirst halt so oder so hingerichtet. Und dazu wird es auch wieder kommen, glaube ich. Eieiei, schwierig. Also ganz, ganz heftige Sache. Genauso wie der große Leak über die Uiguren in China. Da kommen wir natürlich auch nicht drum rum, das nochmal zu thematisieren. Es wurde nicht wirklich was Neues gesagt. Wir sagen ja hier auch schon seit, weiß ich nicht, zweieinhalb Jahren übrigens, die haben da Konzentrationslager. Finden wir nicht gut. Und jetzt wurde halt nochmal eine Riesenmenge an Daten, Bildern, Videos und so weiter geleakt, die das alles nochmal haaklein bestätigen, ausführlich darstellen und so weiter und so fort. Und ja, war tatsächlich mal wieder in den Medien. Ah ja, ich habe auch ein paar Bilder gesehen. Und ich finde, weiß nicht, da kann man nicht viel dazu sagen. Also ich, ja, es ist einfach grauenhaft, was da passiert. Finden wir nicht gut, oder? Nee, ich stehe ja kritisch gegenüber. Robert, ich habe doch mal ein ganz einfaches Thema für das Ende. Und zwar Germany's Next Topmodel. Das ist ja auch gerade das Thema der Woche für viele Menschen gewesen. Für mich auch, für jeden Fall. Es war jetzt das große Finale, ne? Es hat ja die Spoiler, die sie noch nicht gesehen haben. Luan hat gewonnen. Es weiß ich, weil ich halt die Staffel verfolgt habe. Ich habe jetzt die letzten beiden gesehen, weil mich diese Diversität interessiert hat. Und ich mal gucken wollte, was sie damit machen. Aber auch mit einer gewissen Distanz und ohne es abzukulten. Und mit dem Wissen vor allem, dass es ja auch Reality TV ist, was nicht so 100% die Wahrheit abdeckt. Oder aufzeigt. Und jetzt hat wohl ein ehemaliges Mitglied von vor wenigen Jahren, hat sie jetzt gegen den Vertrag verstoßen und hat sozusagen mal aus Nähkästchen geplaudert, was eigentlich passiert bei diesen ganzen Geschichten. Und da hat sie eben erzählt, ich will es auch noch ganz kurz runterbrechen, dass sie keine Handys haben in diesen drei Monaten, wo sie da in diesem Modelhaus leben. Dass sie manipuliert werden von der Redaktion. Dass sie teilweise auf Entzug kommen, was Zucker und Kaffee angeht. Dass sie wohl eine Einkaufsliste machen dürfen. Da kriegen eben irgendwie nicht alles. Wenn die 13 Packungen Erdbeeren bestellen, kommt halt nur eine. Und da hoffen sich die Redakteure, dass sie sich halt streiten darum. Und das, ja, es hat jedenfalls ganz viel aufgedeckt, was da schiefläuft. Und ganz viele andere ehemalige Teilnehmerinnen pflichten dem gerade bei. Und man versucht offensichtlich gerade so ein bisschen dieses Format umzustoßen. Und auch das in die Öffentlichkeit zu bringen, was da eigentlich alles schief geht. Und wie die manipuliert werden, was da für Verträge gemacht werden. Und da soll wohl auch Heidi Klum ganz kurz beim Finale auch ein Statement gemacht haben. Von wegen, egal was passiert, wir machen weiter. Die ganzen Leute, die uns nichts gönnen, wir machen weiter mit der Sendung. Also richtig, richtig kacke. Das sind Nichtsgönner, diese. Ja, aber diese ganze Nachricht kann ich für mich schon so ein bisschen zusammenfassen unter Nein, doch. Wer hätte das gedacht, dass es da nicht ganz sauber zugeht. Dass Supermodels oder angehende Supermodels nicht ganz so menschlich behandelt werden. Das ist ja seltsam, Tino. Das Ding war jetzt gerade nämlich, dass zum ersten Mal jemanden richtig Vertragsbruch begeht und Details ausplaudert. Was jetzt spannend wird, wenn jetzt sich ProSieben, beziehungsweise die Produktionsfirma von GNTM, darauf eingeht und sie verklagt, geben die ja indirekt zu, dass diese Vorwürfe auch stimmen. Weißt du, deswegen wird es halt sehr spannend, ob die reagieren, wie sie reagieren oder ob die tatsächlich auch dann diese Geldstrafe zahlen müssen, die immer ermessen der Produktionsfirma sind. Laut Vertrag steht wohl drin, dass wenn man gegen diesen Vertrag verstößt und Sachen ausplaudert, dann darf die Produktionsfirma ein Geld festlegen, was sie zahlen müssen, die Teilnehmerinnen. Ich bin voll pro, das letzte Hemd aus Heidi Klum rausklagen, der so eine Stimme hat. Nee, andersrum. Also die Models, die daran teilnehmen, dass die halt verklagt werden dürfen. Nicht Heidi oder die Produktionsfirma. Ja, aber öffnet sich da nicht so ein potenzielles Riesending gegen die Produktionsfirma? Auf jeden Fall. Also wenn rauskommt, dass das alles stimmt und dass da auch stimmt. Da brauchen sich ja nur alle bisherigen Teilnehmer irgendwie zusammenzuschließen und dann zack. Also Vertrag hin oder her. Dass wohl feststeht wohl auch schon, teilweise wer gewinnt und so. Dass auch diese Catwalks, die müssen ja auch über Laufstege laufen und dann werden die bewertet. Ich dachte schon über Katzen. Nee, nicht ganz. Und da wurden wohl manchen auch, die schlecht dastehen sollen, wurden auch die Füße eingecremt und so eingeölt, dass sie hinfallen. Die Füße abgehackt. Ich hab wirklich für so eine Millisekunde gedacht, da wurden die Füße abgehackt, damit die nicht ordentlich über den Catwalk laufen könnten. Das kommt auch noch. Aber jedenfalls wurde wohl auch, da manipulierte sie auch hinfallen und so und da hat auch Rezo ein Statement gemacht, dass ihm wohl auch schon von der Castingshow Angebote kamen und die ihm unterbreitet haben. Er kommt mindestens bis dir in die Runde. Und wo jetzt auf jeden Fall klar ist, dass halt schon vorher feststeht, wer gewinnt und wer wie weit kommt, in weiten Fällen zumindest. Witzig, witzig. Also ich stell mir das schon sehr, sehr geil vor, wenn da quasi so das hässliche Endlein oder was weiß ich auf den Laufsteg geht und dann wird da so ein Schalter gedrückt und dann fängt der Laufsteg so ganz leicht an zu wackeln, damit die nicht ordentlich laufen kann oder so. Das wäre schon richtig witzig. Jedenfalls das dazu. Affenpocken gibt es vielleicht noch. Ach, Affenpocken ist doch... Ich will es auch nur noch mal ganz kurz ansprechen, weil ich jetzt auch durchstiegen habe, wie das alles kommt, weil du letztes Mal auch gesagt hast, dass das so in der schwulen Szene so rumgeht. Angeblich, ja. Ja, es ist schon wahr, aber pass auf, es wurde jetzt auch noch mal offiziell von der WHO gesagt, dass es halt nicht eine Homokrankheit sozusagen ist, sondern es gab so ein großes Festival irgendwie am Rande von Afrika, wo diese Affenpocken eh verbreiteter sind und da gab es wohl halt ein Superspreading-Event und die sind dann halt einfach zurück in ihre Länder gegangen und haben das dort verbreitet. Natürlich auch eher in homosexuellen Kreisen, weil es ist ja nicht so ansteckend wie jetzt Corona, sondern man muss schon intimeren Kontakt haben und deswegen ist es halt in diesen Kreisen eher verbreitet und nicht, weil das jetzt per se irgendwie, da kommt das kleine Äffchen und das setzt sich nur auf den Penis, der vorher in einem Mann drin gesteckt hat. Ja, das war ja auch schon so bei HIV damals und bei AIDS vor, also in den 80er Jahren, dass es ja dann ja auch gesagt wurde, man muss die Leute wegsperren, das wäre ja nur eine schwulen Krankheit, nur die können das bekommen, aber es können eben alle bekommen. Es kann vielleicht sein, dass im homosexuellen Milieu vielleicht die Sexualkontakte ein bisschen lockerer sind und man da vielleicht mehr Leute trifft, aber auch das kann halt überspringen auf heterosexuelle Menschen, das ist, also davor ist keiner geschützt. Ja, das habe ich auch nicht gesagt, nur dass das halt so wie Corona am Anfang, oh ja, das kommt aus Asien, das haben bestimmt nur die ganzen Asiaten, die hier sind. So ein Braindead-Take halt. Es gab ja auch noch so ein richtiges Corona-Shaming damals, ne, also als das dann der Essen bekommen hat und so, haben sich viele dafür geschämen, dass sie ja Menschen getroffen haben. Uiuiui, jetzt sind es nur noch 10% gefühlt, die es nicht hatten. Dann habe ich noch eine Sache, weil die Zeit wird auch schon wieder knapp, ein Shell-Consultant, ich weiß gar nicht, was das im Deutschen wäre, ich immer mit meinen englischen Überschriften. Ein Muschel-Consultant. Genau, na, Shell ist die große Firma, die kennen wir alle und lieben sie und der hat nämlich die jetzt Verlassenen, es gibt neue, also es gibt ja Ziele, die zu erreichen sind und die neuen Richtlinien von Shell, die machen da einen weiten Spagat dran vorbei und sorgen für extreme harm, so heißt es laut dieser Person für den Planeten und deswegen kann die Person das nicht mit dem Gewissen vereinbaren, dort weiter zu bleiben. Ist das nicht toll, Tino? Ja, ein Shell hier, äh, live long. Ein Shellt. Und ein Shell, wer dabei Böses denkt. Ja. Finde ich schön, dass es auch Menschen gibt mit einem Rückgrat und die dann irgendwie... Der wird halt jetzt einfach durchersetzt durch jemanden, der Bock drauf hat. Ja klar, aber trotzdem ist es auch schön zu wissen, dass es Menschen mit Rückgrat gibt, die irgendwie ihre Moral über Geld stellen. Das stimmt. Und nicht wie Heidi Klum. Wir stellen unsere Moral nicht über Geld, denn wir bieten euch an, für 20 Euro einen Hörerwunsch zu kaufen. Das könnt ihr sehr gerne machen. Meldet euch bei uns. Ansonsten, äh, was geht mal der Woche, Tino? Ach ja, ganz vergessen. Haben wir es nicht auch mal vergessen, das zu vergeben? Ich weiß es nicht. Die Bewertung weiß ich gar nicht. Nach irgendeiner Ausgabe jetzt auch hier über Discord hatte ich das Gefühl, dass wir es mal vergessen hätten, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Nein, das kann nicht sein. Wir sind Profis, Tino. Also für mich, für mich persönlich war es echt eine... Fast eine 10, für mich persönlich, durch diese Parteigeschichte. Ich habe euch auch echt nur die Spitze des Eisbergs erzählen können. Da kommt noch einiges auf mich zu, zumindest. Und auf den Vorstand. Story-Twist, du warst mit in diesen Videos zu sehen. Nee, auf keinen Fall. Ich habe ungesprächliche letzte Nacht davon geträumt. Dass ich vor Gericht bin und in den Screenshots zeigen, dass ich auch in den Videos mitzusehen bin. Ich dachte, fuck. Aber ich kann rein im Gewissen sagen, ich habe diese Partys nie gesehen, ich war nicht da. Ich hatte davon keine Ahnung gehabt. Ich kann wie diese Affen-Emojis die Augen und Ohren zuhalten und Mund. Sehr gut. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört. Ja, weiß ich nicht. Also auch dieses Mass-Shooting wieder und so. Ja, alles. Ich würde auf eine 8,5 auf jeden Fall gehen. Wie letzte Woche, glaube ich. War auch schon eine 8,5. Tja, mit Tornado und so. Und jetzt gab es ein Blut-Tornado in Amerika. Na, das ist doch super. Haha. Und ein Sex-Tornado. Ja. Doch, ich bin auch für eine 8,5. Tatsächlich. Alrighty. Ich meine, also Putin hat Krebs, ist halt noch nicht von ihm selbst bestätigt. Wenn das wäre, würde ich sogar auf eine 9 gehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber so bleiben wir bei 8,5. Ganz toll. Und wenn er stirbt. Und noch eine Empfehlung von Rammstein, dicke Titten. Alter, Tino. Gut, dass du mich erinnerst. Ich wollte nämlich sagen, ich habe den Teaser gesehen und dachte, okay, 18 Uhr kommt das. Da bin ich gespannt. Da gucke ich mal rein. Das wirkt ja anders. Und dann läuft das tatsächliche Lied und ich denke, wollt ihr mich verarschen? Das ist genau wieder das Gleiche. Es tut mir leid, Tino. Ich will auch deine tolle Band nicht schlecht reden, aber es war halt wirklich so, ich dachte, okay, das klingt ja jetzt anders so, hier so bayerisch oder österreichisch oder was auch immer. Die alten Brüder machen jetzt auch mal Musik. Und dann ist es aber genau wieder das Gleiche, Formelhafte. Es sind immer drei Arten, wie er singt. Weißt du, erst so la 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 und dann la 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 und dann la 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 la. Weißt du, es ist immer das Gleiche, Alter. Wie viele Arten zu singen hatte Kevin Russell? Mal ganz ehrlich. Ich bin nicht der allergrößte Onkels-Fan, das wusste ich jetzt nicht, aber die haben ein paar Banger-Songs. Ja. Die haben vor allem, ach komm, Tino. Es ist halt ein Trademark, ja, ein Corporate Identity, wie Rammstein singt. Es ist voll okay. Aber, Tino. Hört ihr mal die Songs an, nur zwei Stück, und zwar giftig und was war es noch? Okay. Okay und giftig. Ich schreibe es mir auf, giftig, okay. Aber guck doch mal, wir beide finden auch die Ärzte gut und sind uns doch einig, dass die Ärzte weniger Mitglieder sind und sehr viel abwechslungsreicher. Ja, man kann die beiden jetzt echt nicht vergleichen. Also es ist musikalisch was ganz anderes. Man kann alles vergleichen, Tino. Ich finde, dass die Ärzte halt relativ, ich sag's jetzt mal, dilettantische Musik machen, aber auf jeden Fall auf eine coole Weise. Und Rammstein, das ist halt eine sehr durchdachte Musik. Also musikalisch gesehen ist das alles so on point und alles so auf so ... Und es ist einfach völlig verschiedene Arten, Musik zu machen. Von den Texten her, finde ich, nehmen sich die beiden nicht viel so. Es geht mir rein um die Abwechslung. Also ich höre zehn Rammstein-Lieder und hab dreimal mindestens das gleiche gehört. Vielleicht, es ist relativ ähnlich, das kann man schon sagen. Naja, ich will sie jetzt auch nicht runterreden. Ich werde dann sonst zu den Leuten in den Kommentaren vielleicht auch mal irgendwie ausgepeitscht dafür. Ich kann auf jeden Fall sagen, Tino, wann bist du denn auf deinem ersten Ärzte-Konzert? Äh, ich wäre es ja jetzt gewesen, wäre es nicht ausgefallen. Ja. Das nächste müsste Erfurt sein, ich weiß es nicht genau. Erfurt im August erst. Kann sein, ich weiß es nicht. Ich hab Karten für ... Also Tino, ich bin nächstes Wochenende bei den Ärzten, mir ist es egal. In Köln, ne? Ja. Wenn die nicht ausfallen, wenn die nicht ausfallen. Das kann übrigens dafür sorgen, dass wir wieder irgendwie Montag oder so mit Brennpunkt mal gucken. Vielleicht kriegen wir es gar nicht hin, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall das ganze Wochenende wieder Köln. Wir haben noch einen Hörerwunsch, ne? Yes. Aber wir brauchen eine Person, die uns da ... Ach, einen ganz neuen? Mir wurde bei Instagram gesagt, dass er 20 Euro dir gespendet hat. Oh, dann müsste ich mal nachschauen. Sehr gut. Schau mal nach, schau mal nach. Ja, du wolltest hier mal mir einen Run holen, der Cultural Appropriation ganz, ganz schlimm findet. Ich denke dran, ich war jetzt ein paar Wochen krank und so. Ich hol's nach. Ich suche weiter. Die Suche geht weiter. Ja, kein Stress, ist ja nur Vincent. All right. Gut, 8,5 an dieser Stelle. Viel Spaß bei dir Ärzte. Viel Spaß bei dir Ärzte. Ich gönn's dir ja auch. Ich gönn's dir. Ja, ich hätt's dir auch gegönnt, Tino. Es war halt nur so witzig, weil du so gesagt hast, ich kann dieses Wochenende leider nicht. Ich bin bei den Ärzten. Und dann ist es ausgefallen und dann so, oh Mist, jetzt bin ich da. Ich würd dich ja mitnehmen, Tino. Aber schwierig. Ich hab keine Karten. Nee, nicht dafür. Nun gut. Dann vielen Dank, Leute. Die Musik ist so laut. Schade, dass es nicht die Ärzte sind. Aber trotzdem auch guter Song, den ich da höre. Bis nächste Woche, liebe Leute. Tschüss. Tschüss.